Hallo zusammen, wir machen direkt weiter, ich bin euer Arcter, 9.7 und das sind zwei Schatz-Fuhr. Und das ist Let's Play Dragon Quest, News-Word. Nicht News-Word, nein! Dragon Quest 2, natürlich. WAAA! Okay, Tour of Doom. Still und Tour of... Okay. Hast du ein Problem mit mir, Tour? Ich hab ein Problem mit dir, Tour. Ich mag dich nicht. So. Wir können das noch öfter. Und gleich nochmal. Still. Seh ich gleich ein, das Scheiße. Hast du mir so auch was getroppt? Natürlich nicht. Ja, ne, Tour wahrscheinlich wichtig. Jetzt ist sie weg. Sie ist weg. Egal, wir kommen jetzt über durch. Ich dachte, wir bleiben hier stecken. Das. Etwas. Aufheben. Auch wenn es nicht zu sicher ist. Zeig ich das. Ich kann Truhen lesen. Stirb. Au, wir haben gebrannt. Ja, ja, aim before you strike. Hier, zwei, rum. Ich würde sagen, bevor der uns haut, es sind wie ein Hai grau. Auch wenn es nicht für mich was bringt. Es werden noch eins. Juh. Und mit dem Vater geben wir auch mal ein. Ich muss das Day abkratzen. Wenn ich mich zum Wiederbeleben habe, wie immer. Ich kämpfe mich ab. Stirb und stirb. Und du? Spring rein. Ja, bumm. Dir stirb. Bumm. Tot. Juh, er ist tot. Juh, betöte. Äh, extreme Tötung. Hier, Stein. Und? Ach, Goldnünzen. Yay, we are rich, bitch. Und hier kreuzten sich die Wege wieder. Das war recht wichtig. Wasserfall oder nicht Wasserfall? Nicht Wasserfall. Ich mag keinen Wasserfall. Stein. Stirb, stirb. Komm. Stirb. Tja, da guckst du fliedermaus. Stein. Stirb, stirb. Lava klumpen. Bumm. Bumm. Komm. Bleib bloß. Fail. Fail lässt Gegner gerade schlagen. Egal. So, da war brav. Stein. Wir gehen weiter, weiter gehen. Bumm. 50 Gold und Sohn. Weh. Jörg Ledermäuse. What? Der erste Boss, spinnig. Komm, lass zu. Baumzeit für den ersten Boss in der Arena. Stirb. Wir gehen weiter, weiter gehen. So, dann halt. Bumm. 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 Wir hauen einfach auf voll zu. Wir erreicht. Das soll die Scheiße hier. Vater. Kommt durch. Sack. Bumm. Scheiße. Bumm. 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 Alles tot, alles tot, juhu. Du kannst uns bilden, neue Stufe. Und, 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 und. Das ist kein Problem hier, wir gehen gerade aus. Weiß ich viel so, wir werden wahrscheinlich jetzt abstürzen. Oder auch nicht. Fledermäuse und Fischmenschen. Fischbäuse. Und, Bumm. Zweimal, Bumm, Bumm. So, top. Komm, noch mehr Fischmenschen? Nö. Fisch. Die haben auch hier ein und sollte man von dem Morgen ein Tore Schimmelgegner auf der anderen Gegner geht er geht er geht er bis zu gehen wenn du weiterhören und beendet werden das ist von der wir sind so gut geht da oder für die Proben Proben Obermau was soll er Du kriegst doch nicht so viel Damage! Das ist denn hier verkehrt! Störe! Okay. Ja! Ich glaub, ich fress jetzt mal eine größere Arznei. Ähm... Starke Arznei. Einmal hier. Genau. Unser Pfade bekommt die kleine. Reicht ihm ja. So viel Härte hat er noch nicht verloren gehabt. Also Stein. Das war's zum Aufheben. Nein, 50 Gold nutzen. Yeah, wir sind reich. Rich like a bitch. Kann ich dich kaputt schlagen. Juhu! Wir kämpfen gegen einen Stein. Komm fort! Juhu! Eine Truhe! Lass euch raten. Gegner? Gegner schon Truhe? Bomben-Truhe? Erkundiere! Nee, warme Klumpen! Juhu! Ja. So war ich schon. Ich bin gerade total bekloppt drauf. Okay. Stein hochklumpen. Meeting Medaille. Sehr schön. Weiter. W- 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 W W- 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 er hat von der im Norden der nächste Worms 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 und das schickte Kaputt Töding schneller so schön darf sich kaputt gehen dieser schmule Drache haut ganz schön rein der drachen die wir da in der Haft auch ich bin gekommen schlussendurch und schütze Worms 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 Ok ich bin gar nicht mehr durch alles tot wow sie kommen ja zurück ok langsam wird seltsam dass unser Schild immer weiter kaputt geht und ich vermute dass davon ein Gegner auf uns wartet warum kann ich das nicht nehmen ich kann doch eh nach rechts gucken oder weiß nicht äh es war so klar ok ihr wollt es nicht anders es wird euch gleichzeitig bom 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 wir können das gerne öfter machen ich kann das lange dieses Zeug fallt ja hier auseinander hin na eckes ich hoffe wir haben noch ein Schild Flickerpulser ich bin blöde Drecksfeuer total rein aus stürbt im Schaden von wo geht es nach ganz so vieles mit Piala 2 ok aber wenn du vorstürkern ja guter Flammenwerfer stimmst du in Bromber und Bromber und Bromber okay Kampfer aus Kampfer aus sehr schön ich würde sagen wir gucken uns mal nie was haben wir denn so Schildfickerpulver wir haben uns ja Schild gefickt anwenden auf uns und den geben wir ein bisschen MP können wir immer brauchen ja den Meisterstreich nehme ich mir für den Boss auf der jetzt wahrscheinlich sehr bald zu vorne kommen wird denke ich wa das soll jetzt ein Witt sein wa was das für ein Speedding Dinger hat lernt Clue ok ok das heißt gerade eine Fähigkeit mit energischen aber was war das Sinn von mir gerade stirb ja ja ok der war billig oh das ist der Boss aber bevor ich den Sinn geben würde ich sagen ich gehe erst mal den nächsten Tag bis zum nächsten Mal ich bin euer Agne97 des Let's Play Drankers Wars Tschüss